Das Wetter wird nicht besser, aber auch nicht schlechter. Die Wolken bleiben und der Regen auch. So schnell lässt sich die Sonne nicht mehr blicken. Der Mittwoch bleibt bedeckt und windig bei 10 Grad. Die Sonne lässt sich gar nicht blicken. Es bleibt trocken. Die weiteren Aussichten. Am Donnerstag steigen die Temperaturen. Bei 13 Grad bleibt es aber weiterhin bedeckt, windig und trocken. Am Freitag ziehen zum Mittag leichte Regenschauer auf. Danach kommt aber die Sonne raus, bei Höchstwerten um die 6 Grad. Am Samstag zieht sich die Sonne dann auch schon wieder zurück. Der Himmel ist bedeckt, dazu regnet es. Am St testimonial hat einen Schei verknüpft. Untertitelung des ZDF, 2020